Hi, mein Name ist Ben, ich komme aus Bad Boll aus dem Schwabenland und ich habe im September den Kurs von Philipp gebucht und ich muss sagen, es ist der beste Kurs, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Du lernst extrem viel praktisches Zeug, du lernst extrem viel Mindset-Zeug, wo du brauchst, um dieses Praktische umzusetzen und am Ende wirklich Kunden zu bekommen und deine Arbeit gut zu machen. Im Gesamten ist es das beste Gesamtpaket, was ich je erlebt habe. Ich habe schon viel ausprobiert, ich habe schon auf viele Arten versucht, mich mal selbstständig zu machen, überlegt, habe Start-ups gegründet und Dinge ausprobiert. Aber dieser Kurs, da kannst du alleine so viel damit erreichen, dass du am Ende wirklich sehr schnell skalieren kannst und auch sogar noch variieren kannst, was du machen willst. Deswegen, der Kurs ist mega gut aufgebaut, Schritt für Schritt Videos sind drin, der Philipp hilft dir in den Mittwochs-Calls, du hast überall Unterstützung und die Community ist der Hammer. Ich habe so viele Freunde gefunden, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Und ja, Mindset ist das Wichtigste. Fang mit dem Mindset-Kurs an und du wirst alles schaffen. Ich bin Vater von drei Kindern, habe das nebenher aufgebaut, habe das nebenher gemacht und es funktioniert einfach. Alles in deinem Leben geht in eine Richtung durch das Mindset, dass es einfach nur klappen kann. Deswegen, buch den Kurs. Ich kann Philipp super weiterempfehlen, seinen Kurs weiterempfehlen und ich finde es richtig klasse. Ich bin Vater von drei Kindern, habe das mit dem Mindset-Kurs an und du wirst alles